Hagen, 1999. Nach vielen Jahren als Hausmeister von Radio Hagen kriegt Karl-Heinz Bodenbrüder Flausen im Kopf. Haut im Sack, kündigt eine Bäder-Tournee an, veröffentlicht eine, naja, Single. Also, Sie kennen doch die kleine Daniela Bratenklinge. Unsere Nachbarin, ihre Tochter, war ja nicht klein. Dies geht's auch schon so. Aber trotzdem, gerade mal 18 und schon mit ihrem Freund im Tor, mal vermutlich guter Wegschlug ab, bis sie die Puppe und Oma heute ziehen. Das hätten wir früher nicht geduldet. Dass das Kind das darf, das kriege ich nicht klein. Dass das darf. Ich weiß noch, wie die so waren. Diese 11-Uhr-Dame hat auch ich in Homschein geschickt. Was sagt die? Ich versteh kein Wort. Also, unsere Kinder doch den kleinen Kiff, in dem Finschliffen könnte er sein Enkel. Und man sagt, ich klein, es geht auch schon so. Aber trotzdem, gerade mal 15 und schon in der Viertekruppe, da packen wir Verkunftsfilme ausleihen und mit dem Kumpels Bier saufen. Das hätte ich hier früher nicht geduldet. Dass das Kind das darf. Das kriege ich nicht klein. Das hat das da. Also, Sie kennen doch die kleine Daniela-Brande, die unsere Nachbarin-Kirre-Tochter. Was sagt die? Klein, die ist gesagt schon so. Aber sonst sind gerade mal 18 und schon angemalt wie der Puffmutter und dann auch noch beim Torben übernachten. Das hätten wir früher nicht geduldet. Da-da-kinder da. Das ist wirklich klein. Da-da-da-da. Seit dieser, ähm, naja, Single hat man von Karl-Heinz Botenbrüder seltsamerweise nichts mehr gehört. Seitdem regiert bei 107 Radio Hagen er, der Meister des profunden Halbwissens, Friedl Irsenkötter. Wir haben zwei neue Mieten mit Zuerläden drin. Na halbgrundierte Brücke, auch die macht keinen Sinn. Im Glaskasten von Emil ist Wohlfühl angesagt. Da kooperierte Keime. Da das hat nur so kracht. Wir haben nicht so viel Kohle und hauen sie trotzdem draus. Aus dem Charme, die wir nicht haben, man wird beste draus. Hier ist er tot zum Bauland, hier durchfahren geht ganz fast. Und trotzdem hat das Städtchen in meinem Herz können Platz. Wir haben ein Schiff ins Ratshaus mit wilder Lacka drin. Den Geschmackes Anfang kriegen sie auch endlich hin. Sie sichern sich der Pöstkes, so wie jetzt er gefällt. Den Milliardär wie Parkinson schmeißen sie um sich mit dem Geld. Wir haben nicht so viel Kohle und hauen sie trotzdem draus. Was im Charme, die wir nicht haben, machen wir besser draus. Hier ist er tot zum Sauerland, hier durchfahren geht ganz fast. Schatz, der Mann, das Städtchen in meinem Herz können Platz. Der Hagener an sich sieht den Platz nur viertelvoll. Aber weiß er ganz genau, er findet es hier toll. Woanders ist es auch nicht besser, wenn wir ehrlich sind. Und am Ende bleibt es eben doch deiner Mutter, ihr sein Kind. Und trotz der ganzen Theater, die bis zum Hals uns reicht. Ich möchte echt nicht tauschen, dann vielmehr echt nicht leicht. In Kreuzberg in einem Wohnklo oder Hamburg in einem Luft. In Woodshop, Boy und Pinnerberg. Und wir sind auch ratzfatz bekloppt. Wir haben nicht so viel Kohle und hauen sie trotzdem draus. Zum Charme, die wir nicht haben, machen wir besser draus. Hier ist er tot zum Sauerland, hier durchfahren geht ganz fast. Und trotzdem hat das Städtchen in meinem Herz können Platz. Wir haben nicht so viel Kohle und hauen sie trotzdem draus. Zum Charme, die wir nicht haben, machen wir besser draus. Hier ist er tot zum Sauerland, hier durchfahren geht ganz fast. Und trotzdem hat das Städtchen in meinem Herz können Platz. Und trotzdem hat das Städtchen in meinem Herz können Platz. Und trotzdem hat das Städtchen in meinem Herz können Platz. Und der wollte auch kommen mit der 510. Ich habe ihm gesagt, komm, wir gucken dir das mal hier, lass dich mal blicken. 15 Jahre hier sind Götter in diesem lokalen Rundfunk. Ich meine, wie die das freitags morgens da immer in den Äther kriegen, ich weiß es nicht. Aber... Aber...